finde keinen frieden finde keinen der den fieden braucht finde keinen der den frieden nicht finden kann wer ist noch da und findet nicht und wie werde ich den los diesen zeitlichen kloß der wie ein klops ein klößchen mit sößchen vor sich hin duftet da kommt ein adler mit weiten schwingen setzt sich an den tellerrand doch der adler ist zu schwer der teller gibt um der kloß mit der soße rollt den tisch hinunter und fällt auf den boden der adler war schon wieder unterwegs die wolken küssen die winde grüßen die sterne schmusen es war ein kosmischer adler ja er flog durchs ganze welt dann aber war nicht angekommen der adler war nie angekommen suchte der adler auch frieden konnte der adler auch keinen finden der keinen frieden finden konnte und so ließ er das bewusstsein weiter suchen und verweilte still vor bewusstsein zeit und raum als das unaussprechliche in dem sich jeder traum träumt wohl 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 putzel kranz putzel kranz